Ja, na, Frau Illner, Tag Herr Westerwelle. Ich bin Heinrich Schulte-Brömmelkamp aus Kattenfenne. Herr Westerwelle, Ihr Wahlprogramm zur Bundestagswahl umfasst über 80 Seiten. Hat dazu noch ein eigenes Inhaltsverzeichnis mit Stichwörtern. Herr Westerwelle, über 80 Seiten Wahlprogramm der FDP. Wie wollen Sie denn die Wechselwähler dazu bringen, so einen halben Versandhauskatalog zu studieren?